so da sind wir wieder zu einer weiteren folge von wollen wir mal erst mal ein bisschen fließband legen ja ich glaube das ist die schnellste variante den wald loszuwerden oder sonst jetzt schon das fließband ausgang krass hätte ich ja nicht gedacht ja da müssen wir uns wohl noch mal den rest holen an dem wir so brauchen und wahrscheinlich ein paar mehr mauern aber wir haben wir hier auch noch was ich nehme mal hier alles aus der kiste auch sonst beliefern und so die roboter so hat mauern brauchen wir und geschütztürme sollte man nicht genügt haben ein paar mehr mauern werden nicht schlecht die haben wie wir das mit denen also wir brauchen definitiven versorgungszug nach darum für alles was nicht munition ist das steht fest ich glaube 1000 reichen diesmal nicht so nimmt man die ganzen quatsch hier mit oh je mini nein doch nicht wasser pumpen ja die hier erhöhen wir mal das was produziert werden darf das doppelte 200 fabriken hätte ich dann doch ganz gerne auf reserve und ich glaube auf die bauroboter kann ich auch meine passive anbieter kiste setzen werde ich da wenigstens auch ständig aufgefüllt ja aber wie gesagt der anzug ist ein bisschen klein finde ich um die mauer da oben besser herzustellen könnten wir uns auch mal schnellen größeren machen bräuchten dazu bloß ein paar in klammern paar geschwindigkeitsmodule und so weiter die können wir ja mal so langsam schon mal herstellen 30 geschwindigkeitsmodule gehen ja relativ schnell vor allem wenn man ein bisschen vorstufe hat was bei denen hier ein bisschen anders aussieht das ein bisschen dauern aber es kann ja unterwegs kraften wenn wir hier fröhlich rumbauen greife arme könnten wir aber noch einen ganzen haufen gebrauchen das kann weg steinchen können weg das kann weg das kann weg einige mehr strommäste und den rest schmeißen wir mit mauern voll oder die mauern haben wir eigentlich erstmal genug wir nehmen trotzdem ein paar mit 400 weitere so dann wollen wir mal ja ja zwischenzeit können wir auch hier mehr hiervon herstellen und wer brav beliefert das brauchen wir bestimmt auch nicht aber den strom können wir gut gebrauchen die weg so dann nehmen wir mal den guten bauplan wenn ich ihn noch habe dann schau und so so einige mehr an robbys und eigentlich auch ganz gut tun das würde dann deutlich schneller gehen für den nächsten teilabschnitt werden wir auf alle fälle schon den besseren anzug haben denke ich jedenfalls denke ich jedenfalls so es wird hier wirklich ein fließband kann sich ruhig schon mal verteilen die gute munition sieht es eigentlich bei uns aus haben wir noch genügend reserve könnte mehr sein ich ja kein eisenerz haben wir schon keine mauer mehr oder woran das gerade das beschleunigt ja die bau noch mal ein bisschen noch einmal nach oben und dann gibt es eine kurve also und 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 Auf dem Rückweg müssen wir dann einfach nur noch die Mauern setzen auf den auf der zweiten Runde sozusagen und anscheinend geschützt um ja den Wald freue mich mal ganz gerne aus dem Weg dann sieht man nämlich einfach mehr so das hätten wir wie zum ersten Mal ein Gigawatt wo ich sehe natürlich nur weil sich alle Obo Hangre gleichzeitig aufladen und schon wieder Einzug ohne Sprit und 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 Mal gucken wer schneller ist wahrscheinlich ich wollte ich jetzt direkt nach unten renne um das zu reparieren ich verstehe das nicht warum manche Züge denn einfach kein Sprit haben die können sich doch da immer in Ruhe aufladen also vollstoffen lassen mit Zeug also vollstoffen lassen mit Zeug und überall ist wie ich erfahren und ich denke nicht dass sie so voll sind und dann irgendwo hier rein fahren und dann auch gott wir haben ja kein sprit das kann ich mir jetzt aber wirklich nicht vorstellen ja Das war's für heute. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Dann nehmen wir uns noch mal einen ganzen Haufen Mauern mit. Mehr ist diese 400er. So, dann wollen wir mal. Und ich hoffe, dass nicht mehr irgendwelche Züge keinen Sprit mehr haben. Das verstehe ich nicht. Warum wird das Zeug zerstört? Weil genau hier kein Strom war. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, und wie ihr seht, dauert dieses Handcrafting von dem Zeug da echt lang. Können wir eigentlich noch irgendwas erforschen? Dann forschen wir mal noch bessere Fleece-Bänder und den ganzen Krams. Ja, ich verstehe. Dann sollten wir als nächstes dafür sorgen, dass die Satelliten automatisch hergestellt werden. Oh, selbst hier haben wir schon. Munitionsschwierigkeiten. Das bedeutet, es fehlt echt viel Munition. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Weil ich glaube, darin mangelt es, oder? Ja. Darin mangelt es. Wir haben nicht genügend Uran. Uran. Für die Uran-Munition. Für die Uran-Munition. Ja. 75 Millionen Kupfer. Das wird uns ein bisschen versorgen können. Genauso wie die 13 Millionen an Eisenerz. Plan ist es natürlich hier, die Linie hochzuführen. Kreisel nach hier. Noch ein Kreisel und dann nach oben. Und das dann hier alles anzuschließen. Auch die Kohle, auch wenn wir sie erstmal nicht brauchen. Ja. Und genauso wie dieses Eisenerz wird dann auch über dem Kreisel hier angeschlossen. Darauf werden wir nachher nur eine einfache Linie hier rüber ziehen. Das sollte dann passen. Ja. Und das Uran. Das werden wir gleich in der nächsten Folge anschließen. Ein paar Roboports haben wir zum Glück noch. Und ein paar Erzförderer werden sich auch noch in der Tasche. Tja. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir mehr Uran-Munition herstellen. Weil in nächster Zeit werden wir wohl noch so einiges brauchen. Also dann sage ich dann Tschüss. Bis zum nächsten Mal in einer weiteren Folge Faktorium. Also bis dann. Ciao.